hallo und herzlich willkommen zu einer neuen um sie zwar vor ja nach langem ist es mal wieder soweit das ist mal wieder neues video auf meinem kanal erschienen der letzten zeit hatte ich halt etwas wenig zeit gehabt und ja wie gesagt ein bisschen unmotivation bezüglich videos weiß kam einfach nichts neues heraus und ja gestern random hier abends samstag erscheint hier landkreis lanau v3 es hat mich schon fast gefühlt jeder gesagt lanau v3 ist erschienen also das ist krass ich habe aber dann einer aus meinem community discord hat das dann in chat reingeschrieben und dann habe ich natürlich sofort zu wept ist gegriffen und natürlich auch schon eine runde gefahren bin positiv beeindruckt von der karte die v2 hat mir ja auch schon damals ganz gut gefallen und wir fahren hier auf dieser karte fahren wir eine der neuen lingen und zwar die 542 am wochenende fährt diese einen ring also einmal erlinghausen erlinghausen und wir fahren mit dem setra 315 nf euro 2 bei den anderen bussen ist mir aufgefallen dass bei den neuen linien also diese dreistelligen also die 500 linge zumindest die anderen die funktionieren dass bei denen kein ziel angezeigt wird oder generell die liegen ja gar nicht erst angezeigt wird in der matrix aber die leute steigen ein also mit schiff z die rote schrift steht drin keine ahnung ist vielleicht ein fehler in der hof datei deswegen aber wir können uns ja hier schon mal erstmal anmelden erstmal hier dunkel schalten das ist das allerwichtigste überhaupt das ganze lesen datensystem card 43 21 542 kurs 03 ach ja hier geht's auch nicht nach seht ihr ja hier matrix geht nicht aber schiff z steht ring 5 42 gut ist jetzt auch völlig egal für diese wie dieses let's play fahren wir einfach mal so ist jetzt auch wirklich mehr völlig egal es ist halt nur ein bisschen ärgerlich aber ich denke mal da wird denke ich mal dem nächsten fix kommt und vom kartenersteller das ist jetzt nicht so schlimm ich meine solange die leute halt einsteigen ist alles gut so 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 noch ein bisschen leiser hier so wir starten hier am ehrlingshausen abstellplatz ja ich habe mir wie gesagt auch ein neues lenkrad geholt leute und zwar das logitech die 923 der xbox version mit dem dazu passenden schaltknüppel gut habe ich natürlich dann halt nicht mehr die ganzen knüpfel für die türen und so weiter aber das ist nichts weiter so schlimm ganz toll ist finde ich hier beim g923 ist ein rädchen für den das benutze ich gerne für den retarder gut hier geht er irgendwie nicht aber beim ebiko funktioniert das ist ganz geil so ich würde sagen dann haben wir abfahrt 15 uhr 42 jetzt sprühen wir mal ein bisschen vor wir wollen ja hier nicht so lange warten 38 das passt auf geht's ja die karte gibt es ja auch schon für bbs da ist ein kollege von uns hier der dienst fahrt der ärgert sich jetzt bestimmt warum ich jetzt hier die linke geklaut habe weil der umlauf gibt so einen umlauf am sonntag der pusher automatisch 21 grad So 26 fährt, rum rum, offener Frankenberg. Wie gesagt, Link zu der Karte schicke ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Diesmal wird auch ein bisschen Pay-Ware benötigt, unter anderem ja Hamburg Tag und Nacht, Watt-Hübelsdorf 2020, Einhausen und X10. Aber wie gesagt, steht alles auf der Wettbewerbsseite. Ich bin wie gesagt gespannt, was ab 1. Dezember so im Adventskalender drin ist. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Ich habe heute mir so ein Weihnachtskullover gezogen. Ist ja, ist ja, ist ja wohl zu sagen. Ist ja wieder Merry Christmas, Wanderlach. Ich weiß es nicht. Oh nee, ich habe keinen Bock hier zu warten. Noch 2 Minuten, nee, da drehe ich hier durch. Ich hoffe, dass wir es nicht. Ich fahre praktisch hier immer im Kreis, also am Sonntag fährt ich im Kreis, ansonsten fährt sie da halt nicht im Kreis. Boah, haltet doch mal eure Scheiß-Kackfresse, Alter, da hinten, ey. Wir beschleunigen doch ganz normal. Das ist halt der Überlandkarte, also man fährt halt viel durch den Wald, Wiesen, Felder, Dörfer. Schön die NVV-Haltestellen hier. Hallo. 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 Für meine Fahrt so, so wie früher. Herrlich, mit CETRA. 15NF fiel ich mal wieder unterwegs. Ja, aber im Evico sind wir jetzt letztens so oft gefahren. Jetzt haben wir mal über CETRA wieder. Auf Schaltwagen hatte ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Mie, Mie, Mie. 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 Ich hoffe, dass sie richtig fahren. Ich habe mir die Eilist ja etwas abgeändert, da fuhr ja hier das Scania herum. Wo ich merkte, dass der Scania kommt, da sofort alles weiß. Also irgendwie weiß ich nicht, ob da ein Fehler in meinem Scania ist, keine Ahnung. Ich habe das dann gegen diesen Iveco da von Arne J getauscht. Ist ja auch gut drauf. Ich habe zwar keinen Gelenkbus, aber es ist mir auch völlig egal, ganz ehrlich. Kein Bock da jedes Mal zu fahren, kommt der Scania entgegen, auf einmal wird alles weiß hier. Das ist auch blöd. Ja, zwei Tage muss ich noch arbeiten, dann habe ich Urlaub. Gott sei Dank. Okay, da kann ich auch. Okay, da kann ich auch. Extra hier eine Runde zum Kindergarten. Die Kontrolle mache ich später. Gleich noch den ganzen Weg zurück. Oh Mann. Oh Mann. Der hat es aber ganz schön eilig. Halt die Klappe, Opa. Guten Tag. Guten Tag. Oh, es regnet. Nächste Haltestelle Wiesenfeld Bahnhof. Bahnhof. Ich bin mal gespannt, was, ich denke mal, dieses Elemental-Neu-Brein müsste ja demnächst auch irgendwann noch kommen. Weiß ja nicht, diese komische C2-Busfamilie. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und ja, mal gucken, ja gut, Städte-Dreieck da, die Neue, die soll ja kommen, das weiß ich. Das habe ich ja mitbekommen da und mal gucken, was noch so kommt. Ja, und dieses Thüringer Wald mit dem Seda. Aber gut, das wird ja Baby, aber mal gucken, wann das erscheint. Wir sehen uns beim Nachden Dann sind wir wieder hier. 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 Finde ich gut. Es gibt da noch eine zweite Ringe. Aber die fährt denke ich nur in der Woche. Das war glaube ich die 456. Ich fährt auch einmal da im Kreis. Entweder so oder so. Da gibt es so zwei Wege da. Okay. 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 Hallo. Hallo! Längste Halserschelle Untertitelung des ZDF Acabado Bió Und ja. Das ist ja hier der Abschnitt aus der V2, den kennt man ja hier in der Wiesenfeld-Waldschwimmbad. Scheiß auf die Fresse, ey. Dass sie mal einmal nicht gemeckert haben. Gar nicht. Pech. Fahr doch nicht nochmal rückwärts. Das ist ja hier. 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 Was mich persönlich da wundert, dass da keiner sich da irgendwie an an richtiges Sound-Obscripts die er in CETRA angemagt hat. Ja gut, der eine hier, der Silvio hier, aber sonst keiner. Längste Halserschelle, Pausen, Oberreiche. Wunderbar. Aber schön sind die Überlandstraßen hier eng durch den Wald. Das ist richtig schön hier. Vor allen Dingen vorgestern habe ich mal wieder ETS2 angeschmissen. Mit der ProMods habe ich mir dann ja auch mal extra heruntergeladen und so weiter. Hier die üblichen Mods, die sich kennt. Das, was man da so braucht. Das hat mal wieder richtig Bock gemacht zu fahren. Ab und zu zucke ich das auch noch mit ETS2. Das ist ein richtig guter Simulator. Flüssig und alles und da wird immer viel gemacht. Gut, American Truck Simulator aus der ATS2 habe ich ja auch. Aber das reizt mich jetzt nicht so. Mal gucken, vielleicht lade ich mir den auch mal wieder runter. Vielleicht mal wieder durch Kanada oder so. Mal gucken. Gibt es ja auch diese ProMods Kanada. Hier rein. Gas. Hier sind wir jetzt im NVV-Gebiet. Das sieht man ja auch an den Haltestellen. Masten. Hallo. Guten Tag. Hi. Halt. Halt. Glock. Halt. 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 Das war's. 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 ип Aber macht Spaß zu fahren, also kann ich jedem empfehlen runter zu fahren. Längste Halsestelle. Längste Halsestelle. Ja, ich hoffe mal, dass nächste Woche bei dem Stream alles so weit klappt. Ich hoffe, da kommt auch noch so ein bisschen was Neues raus in der nächsten Woche. Schauen wir mal. Sonst wäre das Ganze ein bisschen doof, wenn da jetzt nichts Neues kommt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Diese zufälligen Ereignisse habe ich jetzt ausgemacht. Hallo, hallo. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir an der Endstation wieder in Erlingshausen. Jetzt wird es blöd zum Aussteigen sein. Jetzt ist es nicht dran. Nein, da fliegt man da draußen. In Station. In Station wieder. Hallo. Hi. So, wir sind in Erlingshausen angekommen. Ach, moin, hier laufen die Leute durch die Luft. Interessant. Ah ja, auch nicht schlecht. Ja, wir sind in Erlingshausen Bahnhof angekommen. Ich hoffe, das Let's Play auf Lanau V3 hat euch gefallen. Mit der Linge 542, die Ringlinge am Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Einen Kommentar darunter schreibt, wie ihr so die Karte findet. Und ja, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und sollte man sich dann nicht mehr hören, sehen wir uns spätestens am nächsten Samstag im Livestream. Der geht allerdings ab 17 Uhr los. 16 Uhr schaffen wir nicht. Deswegen 17 Uhr. Super. Also Leute. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Noch einen schönen Sonntag.